Ehrlich, LPLS, Herzblatt. Wow! Nee, lass mal. Dann ist da noch so'n, 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 äh, 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 großer, bärtiger, schwerer Mann, der da hinter der Tür steht. Nee, lass mal, lass mal. Also ich. Ja, also du, genau. Na, Schätzelein! Ist doch bloß, dass du kein Date mit mir willst, Schätzelein! Schätzelein! Komm, wir gehen zusammen, weg! Kein Kommentar, das so. Ja. So, Jungs, na, wie weit habt ihr das noch? Ähm, ich weiß es nicht. Ich hab noch circa zwölf. Ich hab 18, aber nur, weil ich hier den letzten Scheiß baue. So. Lala, Mamma Mia! Ich muss das, glaub ich, wieder ein bisschen, mein Bildschirm wieder ein bisschen verdunkeln. Mamma Mia! Here I go again! Das ist doch ein bisschen hell, wie da hier ist. Uah, uah! Heute beim, äh, in der Bar, wo wir waren, da haben sie ABBA gespielt. Da haben mein Kumpel und ich Dancing Queen mitgesungen. Oh Gott! Das ist natürlich gut gekommen. Dancing Queen! La 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 la! Young in Sweethouse 17! Ich find da lustig, dass der Hammer nur ein Loch hinten als Auspuff hat. Also, äh, Auspuff. Ja, ähm, mein... Wie wir da nochmal, ne? Nicht zweideutig denken, vorhin. Äh, ich denk nicht zweideutig. Es ist, äh, äh, also der Hammerfahrer, der hier drin sitzt. Äh, ich weiß nicht, was er sonst auch damit macht. Keine Ahnung. Ist das auch... Denken, was ist das? Kann man das essen? Ja. Schmeckt sehr süß. Hm. Muss ich mal probieren, kenn ich nicht. Hm. Wo gibt's das zu kaufen? Wo bleibt... Mal schauen, ob's im Internet... Mal schauen, ob's im Internet Rezepte gibt. Wo bleiben ihr? Ich werd ja dann am Wegpunkt auf euch warten. Ja. Oh, ich seh wieder Zivilisation! Ja! Ach, nö. Da komm ich ja gar nicht drauf. Nee, Zivilisation, ii. Ii, duschen. Ii, duschen. Boah, erstmal den Schlamm abwaschen. Bleh. So, und jetzt ne gerade Strecke, schön mit dem Bentley durch, Zwiebeln. Huch. Oh, sechs Kilometer. Komm Bentley, sieben Kilometer. Äh, eins Kilometer. Der Bentley, der rutscht hier so, weißt du, die meiste Zeit rutschen seitlich. Und seht dann eure Namen auf der Karte und denkt mir, was mach ich hier für'n Scheiß? Also ich bin in Winslow schonmal, ja? Nur so als Info. In Winslow? In Winslow. In Winslow? Ich komme. In Winslow? Du kommst? Nitro rückwärts Nitro einsetzen sind vollste Aktion aller Zeiten. Huch. So. Aber ich komme wieder mit 300 Sache angebrettert auf. Also dieser Glitch ist echt Kult, werd mal ganz ehrlich. Das ist so normal. Stell dir mal vor, du beginnst irgendein Rennen. Ein Rennrennen. Ein Rennrennen. Also ein Rennrennen. 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 Beginnst du irgendwie mit dem, mit diesem, äh, mit dem Bentley rückwärts. Und die anderen Leute denken, was machst du denn? Und dann stellst du dich so aufs Gelände und heizt mit 550 Sachen an denen vorbei. Die schauen aber mal schön blöd. Das glaub ich auch. Hey, ich seh schon mal den, äh, die Sehenswürdigkeit. Juhu. Und da ist einfach mein Haus, einfach mitten in der Pampa. Wer wohnt denn da? Bill Clinton? Mit Hillary? Wer weiß. Das ist genauso wie, wie der Zaun mitten in der Pampa. Einmal querby durch den Zaun dort. Ja, hier auch. War gerade auch schon wieder ein. Der Schweinbärmann. Hey. Und das müsstest du, das müsste auf die PS4 kommen. Das müsstest du streamen. South Park. The Stick of Truth. Wieder da. Hi, Consumer. Willkommen zurück. Guten Tag, Consumer. Ich hoffe, hat es Spaß gemacht, so den Freischwimmer zu machen in der Badewanne. Was geht? Hast du einen Lamborghini? Ja, Lamborghini habe ich. Hi. Psychopath, grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, ich warte noch eben auf die anderen. Prost zusammen. Du wartest nur auf mich, weil ich hier wieder Bullshit zusammengefahren bin. Ihr seid fünf Kilometer voraus. Was macht dieser Zaun hier? Jaja, weil du ja immer auf deinem Bentley wechselst. Ja, und wenn ich dann rückgärts fahre und mir dachte... Naja. Da la 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 la. Ist das eine zweiteilige oder dreiteilige Prämie? Das ist eine dreiteilige. Das hätte ich schon IA gesagt. Okay. Die geht jetzt noch. Wir müssen jetzt... Obwohl... Warte mal, Banane fährt ja eh nicht in unsere Richtung. Kann ich den Wegpunkt wegnehmen? Oder brauchst du den noch? Ne, den brauche ich nicht. Ich fahr in eure Richtung. Dann kann ich nämlich schonmal den nächsten setzen. ich muss eigentlich nur r2 gedrückt und ich kann auch mit dem stream gleichzeitig angucken ganz aber ganz toll aber diese diese flache ich habe den langweilig moment wo habe ich ihn wo habe ich ihn war wie ich ihn heute den wasser lager und das habe ich als ich mit bulli in der party war habe ich eine halbe stunde versucht nach mexiko zu kommen ich will drogen kaufen so das ist mein lambo der mustelago das ist auch momentan mein einziges da ich weiß nicht wann ich mir die neuen die anderen hule momentan lege ich den fokus auf andere autos ach das ist ein haus ich dachte aus der ferne das ist eine kuh ja ich sag ja ja und banan ist auch schon da das heißt ich werde mal wieder wechseln auf dem rallye auto da würde ich nicht sagen hat ja lang genug gedauert aber mit dem hier buggy gerührt ja alter so macht das war mit dem bagi rené hat gleich mal die bahnampel umgefahren das kannst du doch nicht machen da wird die deutsche bahn aber ansprüche stellen die deutsche bahn kann die mann buckel runter rutschen ich war ja einfach mal die bahn schluss war lange sie schaffen dass ich pünktlich bei dir ankommen wir müssen eben die richtung ich weiß gar nicht warum ich der linie hinterher war ich kann nicht ausgebaut generell ich glaube ich muss ja noch ein bisschen den bagi will ich habe auch haben die schleude aber es ist echt super ich würde nicht einfach nicht einfach nicht kreffelt einfahren ja aber das navi zeigt mir hier lang also war ich doch hier jetzt muss ich da noch außen rum fahren jetzt weiß ich jetzt jetzt weiß ich kommen dass navi uns außen rum geführt ich habe ich nicht mehr kann ich denn hier runterfahren ich probiere es einfach mal jetzt hier so er hat er war dafür nämlich mit dem ford raptor dass ich darunter was das denn ich probiere jetzt mal hier runter zu fahren mit dem baggie ich bin unten ich aber ich habe nicht mehr raus also ich bin auch gleich fast und war einer fall ich ja da verkackten steinspalte gefangen die steinspalte ja zwei steine die aneinander sind bildlich steinspalte geburtstag schenke ich dir die steinspalte steinspalte ja ich wollte sagen duden aber das ist es ja nicht die fremdwörter lexikon ja wieder da und ja ich bin unter den guten abend schon wieder die steinspalte ich bin angekommen ich weiß ja nicht wie es euch geht aber ich habe ich versuche ich versuche es immer noch mein deutsch ist gar nicht mehr so gesund ich habe ich habe es geschafft und auch noch ziemlich gut das hat so geil ausgesehen gerade verdienen 2500 bucks mit stanz aufrader ja ist ein buggy konsuma ich hatte den ja auch schon in petto nur noch nicht ausgebaut hier ein bud spencer mit dem roten strand buggy ja ich würde dir nicht empfehlen dem navi zu folgen wieder hoch zu kommen so ich bin auf dem weg ich komme bei den gegenschein die kippe wieder hoch alle wieder das navi durch den berg hallo ich probiere mal hier hochzufahren vielleicht klappt das ja irgendwie hier ja hier geht's gut wir müssen nur irgendwie aufpassen dass wir da hochkommen ja das klappt ja 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 du hast dich angehört wie aus schlimm auf dem port auch du scheiße ach du scheiße ich sehe straße ich sehe wieder felsen du solltest du solltest schon die brücke treffen ja 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 ubisoft hat einfach kein mitleid jetzt bin ich wieder ich mach gleich horror ja ab 22h gleich geht's weiter das ist schon der das ist schon der reinste horror das ist schon der reinste horror so weit haben wir es ja nicht mehr bis zum grand canyon wir sind ja schon so gut wie da am ende werdet ihr wieder auf banane warten müssen ich sehe schon kommen ach ja was macht das navi denn wieso was wieso was warum ich fall die fels klippe runter und bin dann halt so ein bisschen ich bin so die ich fahre die felsen klippe runter mit so ein bisschen offroad sagt ihr müsst bestimmt auf mich warten rené sagt so oder auf mich ich will hochfahren auf die straße und krache einfach ein bisschen keine ahnung mit hundert sachen gegen was macht das navi denn hier rené tuckert ganz gemütlich vorbei wie soll ich denn bitte da hochkommen ihr beiden denn da du willst den scheiß hügel auch für alle das navi zeig ich mir da hoch hallo ich weiß ja nicht wo ich euch jetzt heißt das navi ist ein arschloch voll dumm oh Gott wenn du den spielewechsel hast dann hole ich mir erst mal was zum futtern oh mann ach weil ich das rallye auto fahr deswegen zeig ich das jetzt auf rot stimmt ja das freddy das rallye das rallye das freddy krüger auto passend zum freddy krüger pulli wir habe ich heute nicht an so was ich mache ja auch voll gesagt sie gibt es gleich als horrore titel nein ich habe die folge gesaut ich habe ihn lieben ich brauche ihn aber kann ich weil ich t-shirt annahme shirt 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 ja genau ey mir wird das jetzt hier zu zu ne mainstream warum das wird mir viel zu mainstream hier warum too much ich hole rennbendli raus ja grand canyon hey wuhu stösschen stösschen ja strebe willkommen ich komm gleich ich komm gleich ich komm gleich ein moment ein moment ein moment ein moment ein moment stösschen warte doch auf mich alter mann ist kein d zu oh mann war das spannend war das lustig spiel spaß spannung und überraschung in der let's play live show hier ihr habt gesehen ich freue mich vor ich freue mich gleich auf sie gewinnen mann hör doch mal auf zu schubsen alter du bist wie ein üer jetzt musst du nur noch schokolade in lpls verteilen ja so sag mal ja das war the crew gewesen ein paar prämien ich muss mir mal eben die die grand canyon abhaken die habe ich ja durch so das habe ich mal aufgeschrieben mein gott wie viel da noch wie viel da auf der liste noch übrig ist seht ihr das machen wir noch ein bild für die ewigkeit wir alle mit dem mit dem classic car im sonnenuntergang hier ach herrlich ja äh serie ne nehmen wir noch ein serienfahrzeug serienfahrzeug ich muss mal gucken wo ich ihn habe ähm nein da ist er sehr schön so das war doch eben die die kamera angehen dauert ein paar sekündchen und dann würde ich sagen für die leute die jetzt gerade eingeschaltet haben hey the crew ja 35 zuschauer vielen vielen dank dass ihr alle da seid jetzt geht es weiter mit horror wie immer in der let's play live show ab 22 uhr wir werden jetzt evil wind spielen spielen wir weiter und ähm ja ich hoffe euch hat the crew gefallen falls euch das gefallen hat dann schreibt es einfach mal in den chat ich würde mich freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns jetzt gleich wieder bei the evil film ich muss eben das spiel wechseln und ich hoffe ihr seid dann wieder mit dabei ich habe zwar die anderen gleich nicht mehr gerne aber äh dann geht es gleich spannend weiter ja in sachen horror also bis gleich begin bis wir baixo jetzt sowas mit